es geht weiter im yellow yellow jacek 2 3 91 nur guck mal viele ratings 219 alter ist das für eine zahl für nie jetzt habe ich 13 sekunden verschenkt 2 189 finden hier ist sehr sehr wenig wahrscheinlich spielt ja gar kein schach mehr klassisch d4 ist natürlich die idee hier weil ich habe den läufer hätte ich zurückziehen müssen erst mal erst mal laufer b3 bevor ich d4 mache da komme ich nicht drüber weg 2 189 für nie im wenig wenig das sieht komisch aus kein sonder sehr sehr blödsinn ist was ich mache ja ach komm gehen wir zurück wieder das ist natürlich nicht so schön alles ich habe hier ein schönes feld auf d5 aber wie kriege ich den springer da hin über e3 ne aber natürlich das lauferpaar der laufer der schwarzfelgel ist noch nicht so gut aber den kriegt er immer nach c5 und dann habe ich nicht richtig gespielt springer a3 bringt nicht so viel oder ich habe nicht so viel zeit ich muss schneller spielen ich glaube ich stehe schlecht b3 h6 ist komisch warum macht er 6 man will vielleicht f5 spielen ja springer e3 das ist logisch b3 kann ich gar nicht machen okay jetzt aber eventuell springer d5 das muss ja die idee sein aber da komme ich jetzt auch nicht rein mein läufer schlecht auf dingens auf c2 mir fällt nichts ein wenn ich ehrlich bin greifen wir einfach mal den bauern auf doof greifen wir den e5 an ich muss versuchen wenigstens schnell zu spielen also gute dame e3 jahre ok nimmt läufer d5 werde ich machen können eingef fans und wir es das ich 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 Das ist zum Glück kein Matsch, Springer F6 droht stark. Ne, Läufer wegziehen, ja Läufer A2 kann gar nicht dahin, sein Läufer steht aber ultraschlecht. Springer F6 ist die Idee. Das 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 ist die Idee. Okay. Okay. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee. Das ist die Idee.